Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir sind jetzt gerade live. Wenn du das Video siehst, ist schon ein Tag her. Pech gehabt, kannst mir auf Twitch folgen, würde mich freuen. Wir haben das Season 4 Update angespielt und jetzt nach, ich würde sagen, vier Runden und einer Stunde Spielzeit kommt meine Meinung zum groß ersehnten Season 4 Update für Call of Duty Modern Warfare 2.0. Ich behandle vor allen Dingen heute so ein bisschen das, was wir im Multiplayer bekommen haben. Ihr wisst es, DMZ und Warzone finde ich jetzt einfach nicht interessant. Ich bin in Warzone nicht mit drin. Ich werde aber ganz am Anfang kurz auf ein, zwei Sachen in Warzone eingehen und dann gehen wir zum Thema Multiplayer und meine offene Meinung. Ihr dürft ein Like da lassen, ihr dürft ein Abo da lassen und ihr dürft uns auch auf Twitch folgen. Bei Twitch oder auf Twitch, auch wenn die Plattform mittlerweile immer mehr Schmutz wird. Die Leute in der Community sind ganz cool und auch ich tatsächlich als euer Broadcaster des Vertrauens bin gar nicht so schlimm. Warzone hat endlich das bekommen, was die Leute, die Warzone spielen, seit über acht Monaten verlangen, nämlich mehr Leben. Statt 100 sind es jetzt 150 Leben. Sie haben, anstatt sich die Arbeit zu machen und die Waffen einzeln zu balancen, indem man der einen Waffe mehr Schaden gibt, der anderen weniger, einfach nur gesagt, hier komm, nach acht Monaten Beschwerden, jetzt haben wir keine Lust mehr euch zuzuhören, 50 Leben mehr, let's go. Das bedeutet, dass einige Waffen jetzt nach 50 Leben, die man generell mehr hat, einfach viel besser sind als vorher, andere Waffen viel schlechter sind als vorher. Warum es acht Monate dauert, dass man darauf hört, was die Kern-Community sagt, ist für mich ein Rätsel und wird für immer ein Rätsel bleiben. Zu dem Ganzen haben sie jetzt aber in Warzone auch tatsächlich die KI teilweise entfernt. In den ganzen Strongholds sitzt die KI mit einem Schlag raus. Dann gibt es ja noch die andere Stufe davon und dass ich nicht mal weiß, wie die heißt, zeigt eigentlich, dass Warzone mich nicht interessiert. Da ist die KI immer noch drin. Aber auch bei der KI, seit acht Monaten heulen die rum, die Leute, die Warzone spielen, zu Recht, weil die KI nichts dazu suchen hat. Infinity Ward ist wirklich das schlechteste, das dümmste, das inkompetenteste, das lächerlichste und ignoranteste Studio von allen Studios, die wir haben. Selbst das Studio Bobs for Toys ist geiler. Und bei diesem Studio denke ich bis heute noch, dass der Name Bobs for Toys oder Toys for Bob heißen sie, eher nach einem Pornodarsteller oder Pornoshop klingt, als wie ein Spieleentwickler. Aber selbst das, was die im Hintergrund machen, ist besser als das, was Infinity Ward macht. Generell aber, muss man es dazu sagen, Warzone interessiert mich nicht. Ich finde Battle Royales absolut langweilig mittlerweile. Ich habe kein Interesse mehr in Battle Royales. Wenn einer von euch auch mit den neuen Ranked Play Spaß hat, ich gönne euch den Spaß von Herzen. Ich will nicht immer der Negative sein. Ich freue mich für euch, wenn ihr Spaß daran habt, Spaß daran findet. Auch wenn ihr Schicker Island feiert. Jetzt von Delia als neue Map. Und wenn die gut wird, freue ich mich auch. Aber für mich ist dieses Game einfach nicht zu retten, weil der Kern dieses Games von absolut ignoranten, schwachsinnigen Entwicklern gemacht ist. mit einer Geschwindigkeit, die man nur spielen kann, dass man während einer Runde beinahe einschläft, weit zu langsam ist. Kommen wir zum Multiplayer. Zwei neue Karten. Nachdem ich beide gespielt habe, möchte ich mich korrigieren. Eine neue Karte, eine Remake-Karte. Remake Showdown, kennt ihr alle aus dem alten COD. Hat sich, und es ist schon Jahre her, dass ich sie gespielt habe, cool gespielt, finde ich. Mit den Gameplay und Movement, Mechaniken und Entscheidungen in diesem Game spielt sich Showdown nach zwei Runden Test jetzt einfach nicht gut. Das trifft aber auf jede Karte zu. Sie könnten Newtown hier reinbringen, was für viele von uns die Favorite-Karte ist. Es würde sich immer noch wie flüssige Scheiße spielen, was einfach am Game liegt, nicht an der Map selber. Die zweite Karte ist Kustena District 24-7. Und ich habe die Karte eben gespielt, und es ist nicht übertrieben. Ich habe gedacht, es wäre die neue Battle Royale-Karte. Diese Karte ist, glaube ich, die größte Multiplayer-Karte, die wir im Game haben. Und ist nicht dafür ausgelegt, 6 gegen 6 zu spielen, sondern, so würde ich das sagen, 800 gegen 800. Die Runde ging 11 Minuten, und ich bin mit den zweitmeisten Kills auf 27 Kills gekommen, weil ich die meiste Zeit damit verbracht habe, die Karte zu erkunden, ohne Gegner zu treffen. Und trotzdem habe das Game hingekriegt, dass ich auf dieser riesigen Karte vor Gegnern spawne. Ich zeige euch noch zwei neue Karten sozusagen, beziehungsweise Waffen, die wir dazu bekommen haben. Und das ist relativ einfach. Wir haben ja den neuen Battle Pass, der von der ersten Sekunde an als Upgrade und Update in diesem Game promotet wird. Ich habe ihn nicht gekauft. Und nein, ich kaufe mir weder den großen Beschiss-Pass, noch den kleinen Beschiss-Pass. Seit drei Seasons nicht mehr, und ich fühle mich gut dabei. Wir haben die ISO 45, soll hohe Feuerrate haben. ISO steht für UMP, es ist eine UMP, mehr brauchen wir dazu nicht sagen eigentlich. Oder zumindest aus der Familie schon mal. Und übrigens, wenn ich mit Kreis aus dem Battle Pass gehe, geht er direkt ins Hauptmenü. Ist das scheiße. Und dann haben wir die Tempus Razorback, die wir ebenfalls aber erst mit ungefähr 20 Stufen springfrei schalten. Ich habe in der ersten Runde schon welche gesehen, die damit rumgelaufen sind. Und wenn ihr euer Geld dafür ausgeben wollt, ja, so what? Ich spiele sie mir lieber frei und gucke mal, wie sie dann ist. Hat sich aber gut angefühlt. Ansonsten gibt es noch eine neue Melee-Waffe. Und ich habe keine Ahnung, wo ich die hier finde. Und es ist mir tatsächlich auch völlig egal. Mehr hat der Multiplayer an Content und Sachen nicht bekommen. Also wirklich gar nichts. Es ist alles, was im Multiplayer verändert wurde, sind zwei Maps, wovon wir eine kennen, und drei Waffen. Und diese Season wird gehen 48 Tage. Möchte ich, dass COD so schlecht und langweilig ist? Nein. Aber ich werde darüber so berichten, denn ich habe 80 Euro ausgegeben für diesen Multiplayer. Und Infinity War, diese Idioten dort, sind nicht in der Lage, aus diesem Multiplayer etwas zu machen, bei dem ich mir nicht das Herz rausreißen möchte, während ich es schon starte, gar nicht davon zu reden, wie sie es anfühlt, in so einer beheizten Bude zu sitzen, drei Stunden vor der Kamera zu sein und seine Lebensentscheidung infrage zu stellen, weil sie es nicht auf die Reihe bekommen, nach acht Monaten Feedback, Dinge im Multiplayer zu ändern, die die Leute, die den Multiplayer spielen, fordern. Dass Warzone und DMZ mehr Support bekommen, und damit kann ich mich ja noch abfinden, wenn der Multiplayer denn wenigstens in irgendeiner Art und Weise was Interessantes hätte. Hat er aber nicht. Nächste Woche kommt der Bitte sagt und schreibt es nirgends, wo rein COD-Killer, X-Defiant mit einer Open Beta. Beginn ist der 21. bzw. wenn ihr so wie ich in der Closed Beta eingeladen wart, könnt ihr ab 20. spielen. Ich habe keine Ahnung, ob mir X-Defiant mehr gefallen wird, als mit dem Controller-Delay und dem alten Netcode, was wir hatten in der ersten Beta und in der geschlossenen Alpha, die ich ohne Kameras gespielt habe. Aber die Tatsache, dass ich etwas habe, was ich starten kann, was nicht Call of Duty aktuell ist, erfüllt mein Herz mit Wärme und Leidenschaft. Ich hoffe, dass ihr in diesem Update von Modern Warfare 2 Spaß empfinden könnt und ich hoffe und wünsche euch, dass es unterhaltsam ist. Ich finde, es ist einfach schrecklich. Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kommt auf Twitch, haut rein.